Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Es geht hier jetzt noch ein bisschen weiter mit Lies of Pi. Heute ein bisschen besonders. Ich hab... Das ist YouTube-exklusiv hier gerade. Ich hab's nicht geschafft, eine zusätzliche Lies of Pi-Aufnahme zu machen. Das hat sich irgendwie dann nicht ganz ergeben. Ja, und jetzt gibt's halt eine Sonderausgabe, die nur für YouTube ist. Mal gucken, ob ich... Wie das hier funktioniert. Ja, es wird wahrscheinlich hauptsächlich ein bisschen Übungsruns auf diesen Boss sein. Oh, was war das? Hahaha, das hab ich auch noch nicht gesehen. Hahaha. Hahaha. Ai, ai, ai. Ja, ich bin ein bisschen... 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 Wie er mich verprügelt. Ja, krasser Boy. Ich habe letzte Nacht auch nicht besonders gut geschlafen. Ich wollte eigentlich gestern die Aufnahme machen mit Livestream. Das hat irgendwie nicht so ganz hingehauen. Ich hatte einfach überhaupt keine Lust. Ich konnte mich gar nicht motivieren. Aber so ist das manchmal. Und jetzt machen wir das halt hier vormittags, auch nach einer schlechten Nacht. Was ist das? Ufff. Nun gut. Ja, viel blocken. Das ist jetzt einfach das Timing lernen von dem Boss. So ist es halt, ne? Ob ich meine Waffe nochmal aufrüsten kann, weiß ich gar nicht. Das wäre natürlich auch eine Sache. Überhaupt nicht drin im Timing. Okay. Das ist schon wieder zu viel gedrückt. 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 Das war's für heute. Voll konzentriert gerade. Mist. Das war's für heute. Ja, gut, also Aegis... Aegis hat jetzt nicht so viel geholfen. Ja, aber es geht. Es geht, es geht. Besser und besser. Den finde ich relativ... Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch eine zweite Phase kommt. Das wäre natürlich saumies. Ach, ihr beide, ey. Unnötig. Erstmal eine Heilung verschwendet. Das war's für heute. Heiland, zack. Oh weh, oh weh, oh weh. Schon sehr, sehr viel Heilung verschwendet jetzt hier am Anfang direkt. Wir sind die Reborn. Ein Mann. Ey. Ich konnte nicht mal ausweichen. Was war das denn? Er siebt sich auch immer so ein bisschen an mich ran. ein Mann. Was war das denn? leuk. Und das war letztendlich, was war das denn nicht leicht? 2, 2, 1. Ich muss planschreiben. Ja, ich habe jetzt natürlich keinen Chat und nichts, den ich unterhalten muss. Ich weiß nicht, ob ich deswegen vielleicht auch einfach ein bisschen weniger rede. Ey, also... Okay, also wenn ich den roten Angriff perfekt blocke... Dann hat er danach so einen Struggle. Okay, also wenn ich den roten Angriff, dann kann ich den roten Angriff an. Mist. Okay, okay, okay. Geht voran. Oh, okay. Er hat eine zweite Phase auch noch. Ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Okay, okay. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, war eigentlich zu erwarten. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, große Geschichten gibt's von mir heute jetzt hier tatsächlich irgendwie nicht. Aber egal. Einfach gemütlich in ein paar Boss-Runs rein. Tja, das war wohl nix. Kein Timing gehabt gerade. Warte, null. Das sieht auch irgendwie so aus, als hätte der diese Versteinerungskrankheit, oder? Aber unter Kontrolle. Ja, ihr beiden Trottel, ey, dass ihr da rumstehen müsst. Voll nervig. Ah, das hat zumindest keine Heilung verbraucht. Sehr gut. Ah, ich kann was erzählen. Ich hab mir überlegt, was Neues auszuprobieren. Ich hab wahnsinnig Lust auf Project Zomboid. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Dass ich da jedes Mal, also wenn ich zweimal hau danach, dann ritt er. Alter. Wie lucky ich da überlebt hab. Ach, jetzt hat er mich gegriffen, verdammt. Wenn er so nach oben macht, dann greift er. Und brüllt. Und brüllt. Okay. Du hast es wichtig. Du bist nicht so Jaguar dringendorgen. Du bist ja, ich kann puisqu'il's zu sein. Du bist genauso wie ich hier. Und ich habe schon die Blomberge, die Blomberge auslämt. Madeleine Strongerool. Du bist ja, ich habe nur ein paar Ungeater, immer noch etwas zu sein. Da. Du bist ja, ich habe eigentlich schon. Du bist ja, die Hand, oder? Du bist ja, alles gut zu sein. Und das? Und zwar nicht ganz gut diese Erwin, die Hand zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Haha, natürlich müssen die letzten beiden treffen. Ach, er hat schon wieder das gemacht und ich habe es einfach ignoriert. Ich habe es einfach gnadenlos ignoriert. Ich habe es einfach geredet, aber ich habe es einfach geredet. Na, da kommt noch ein Vierter, wenn er die Drehung macht. Na, come on. Uff, uff, uff. Hm, was mache ich jetzt? Ja, das... So wenig Leben, da hilft halt der Block, der normale, gar nichts. Da muss man auf jeden Fall einen perfekten Block machen, wenn man so wenig Leben hat. Dazu darf es eigentlich gar nicht kommen. Ja, genau. Ich würde gerne Project Zomboid starten. Und ich habe mir überlegt, dass ich vielleicht irgendwie eine Runde spiele. Das aufnehmen und dann, also YouTube exklusiv erstmal, da irgendwie eine Geschichte dann erzähle und was zusammenschneide. Mir tatsächlich eine Geschichte aufschreibe, so einen richtigen Aufsatz schreiben über meinen Run. Der dann so 10 bis 20 Minuten lang ist. Ich müsste mal gucken, wie lang die Geschichte dann wird, die ich aufschreibe. Wie lang das dauert, das zu erzählen. Und dann so ein bisschen Roleplay mäßig. Ah, nach der Drehung kommt noch ein Vierter. Fuck. Ach man, ich habe es schon wieder gesehen und ignoriert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zu spät, zu früh gedrückt. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wow. Wow. Okay, das war neu. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Fuck off. Ach, come on. Okay. Das war's für heute. 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 Okay, come on. Komm schon. Nicht grabbeln. Wir sind die Reward. Ah, der führt den. Na? Das war eine gute erste Phase. Boah, aua. Er haut da auch nicht mehr zweimal zu oder so. Das ist total seltsam. Kommt später. Er ist ein bisschen langsamer, glaube ich sogar. Oh, ouch. Ja, Victor. Komm mal her, du. Mist. Ah, okay. Ah, jetzt. Leicht verwirrt gewesen. Boah. Oh, zweimal. Okay. Boah. Ne, 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 ne. Nein, scheiße. Hm, ich wollte meine Waffe schleifen, weil die langsam kaputt geht. Und war total fixiert da drauf und panisch und wusste nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe ihn aus den Augen gelassen. Oh. Das war schlecht. Nun gut, nächste Runde. Ja, ich werde dann wahrscheinlich, keine Ahnung, die Tage mal eine Runde Project Zomboi zocken. Und schauen, was ich daraus machen kann. Wow. Was passiert? Sag mal, kriege ich jetzt hier keinen perfekten Block hin, oder was? Weil jetzt das Timing von der zweiten Phase mich wieder rausgebracht hat. Wahnsinn. Was ich da jedes Mal drück. Was ich da jedes Mal drück. Was ich da jedes Mal drück. Nee, nee, nee. Reicht dann auch irgendwann mal mit den roten Angriffen, ne? Reicht dann auch irgendwann mal. Was ich da jedes Mal drück. Fuck. Nein, ich wollte gerade ausweichen. Ich habe es gerade gecheckt, dass er mich packt. Ich habe es gerade gecheckt. Verdammt. Ich habe es gerade gecheckt. Na, nicht die perfekte erste Phase hier. Zu viel Leben verloren. Nein, ach, ich hab's. Ach, ja, ja, du bist der Auserwählte, schon klar. Nasenbär. Komm, hau mich jetzt, damit ich was machen kann. Nee. Da muss er natürlich eine Attacke machen, die mich aus dem Konzept bringt. Die ich nicht hinkriege, zu blocken rechtzeitig. Na gut, aber... Es geht voran. Es geht viel besser. Es ist einfach nur ein bisschen eine Übungssache jetzt. Kriege ich hin. Mir gefällt auch einfach dieses Gameplay mit dem perfekten Block. Ich liebe das. Es ist schade, dass das in Dark Souls nicht so gut funktioniert. Man kann parieren mit dem Schild, ja, aber es ist einfach... In Dark Souls 1 war es super easy. Alter, jetzt... Nee, 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 das ist nicht cool, jetzt hier in die Ecke gedrängt zu werden. In Dark Souls 1 war das mit dem Parieren so geil. Und in Dark Souls 2 und 3 funktioniert es auf einmal nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum. ан Woher Ja. Ja. Wahrheit. Ja. Ja. Es hat so viel Spaß gemacht in Dark Souls 1 Und jetzt funktioniert das auf einmal so Keine Ahnung, man muss ein ganz seltsames Timing haben Dafür in Dark Souls 2 und 3 Damit das klappt Ah, da kommt ja nochmal einer Shit Ah, fuck Haha, hat zu viel gewollt Ah, okay so zweite phase nein das ist nix wieder seltsame off timings hier ja der griff kommt schneller jetzt scheiße dass man dem nicht ausweichen kann warum kriege ich den nicht ordentlich oh what er macht dann noch mal irgendwie ein okay ah fuck mist nein das war's ah ärgerlich schon wieder so weit runter geknüppelt schade 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 da bin ich dann auch in panik am ende und nicht mehr nicht mehr so richtig konzentriert und denke jetzt habe ich es gleich jetzt habe ich es gleich und dann macht mein kopf ganz wilde sachen adrenalin adrenalin ist einfach real in diesen spielen es ist echt der wahnsinn ich weiß nicht ob das auf jeden zutrifft aber auf mich auf jeden fall ich weiß nicht ob das auf jeden zutrifft aber auf also wie man hier ruhig bleiben kann da geht die musik in mark und bein und dann dieser riesen typ der auf einen einknüppelt der controller vibriert in der hand und da ruhig bleiben bis zum ende das ist schon heftig okay keine gute erste phase bisher ne wie gesagt es reicht irgendwann mit den roten angriffen mein kleiner freund irgendwann irgendwann habe ich dann mal genug davon irgendwann habe ich dann mal genug davon ja gar nicht ja gar nicht ja 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 nein das war ein griff ja ich habe es gerade gedacht als genau in dem moment als ich ausweichen gedrückt habe Wusste ich, dass es die falsche Taste war. Ah, fuck. Äh, nee, das will ich machen. Ja, war vielleicht verschwendet. Ah, der kommt noch einer hinterher, er hört nicht auf. Mist. Ei, 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 ei. Gut. Also gut. Ein letztes Mal konzentrieren, ich wechsle mal die Sitzposition. Mal gucken, ob das hilft. Bisschen gerader Rücken. Freiere Hände. Liegen meine Hände jetzt, die liegen jetzt nicht mehr auf dem Tisch, sondern sind vor mir unterm Tisch. Also vor allem meine Arme liegen mich nicht mehr auf dem Tisch. Ich glaub, bevor ich PC gespielt hab, hätte mich das wahnsinnig gestresst, die Hände auf den Tisch zu legen. Aber dadurch, dass ich's mit Maus und Tastatur einfach mittlerweile gewohnt bin und viel hier am Streamen bin, auch so, ne? Ah, das ist... Der kommt so spät. Ach nee, das war ja der Griff. Och Mann. Ach nee, das war ja der Griff. Der Hit war ein bisschen unnötig, dass er da so einen macht, der schnell genug durchgeht. Hm, sehr ärgerlich. Ach Mann, der kommt immer so spät. Hahaha. Komm. Ah, der kommt so spät. Mist. Da dachte ich, ich krieg ihn aber. Boah, der kommt auch einen Ticken später. Weil er nochmal ausholt. F*** off ey. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und eigentlich eine coole Aktion hier, dass der nochmal ein bisschen sich wehrt gegen das Niedergehen. Finde ich eigentlich echt stark. Ah, da kam ja immer noch mal einer bei dem... Wenn er den macht. Nee, er will krabbeln, oder? Nee, er macht den. Hm, unnötig. So, jetzt macht er nochmal ein bisschen wilden Blödsinn. Okay. Okay. Scheiße. Ah, nee, da kommen ja zwei. Ja. Stark. Cooler Kampf. Nee, Cutscene. Nee. Nee. Ah, doch. Okay. Okay. Wer bist du denn? Nee, du bist... Du siehst aus wie Romeo. So ein bisschen. Was ist hier los? Wer ist er denn? Das ist der Mann. Der Mann. Ja. Ja. Ich bin froh, dass du, der Viktor riefabst. Alchemist. Ich habe dein Vater kennengelernt seit langem. Wir waren Kollegen, du weißt. Geppetto nicht wusste, dass die Krankheit der Petrifizierung kann die Menschheit stärken. Ich glaube, er wird in die Konventionelle denken. Aber sogar er kann nicht so großartig werden. Es ist die Tür zu einem neuen Welt. Du hast diesen Ort gesehen, mit deinen eigenen Augen gesehen. Es ist wirklich inspirierend, oder? Was hast du hier gesagt, dass unsere Kür hat gegründet? Ich muss mich an ein paar Überraschungen sagen. Ich habe nicht erwartet, dass du so rational als wir sind. Ich bin erinnert. Selbst wenn es eine Lüge ist. Entschuldigung, dass ich dich verabschiedet habe für ein Puppet. Du bist offenbar genug zu hören, um die Wahrheit zu hören, über die Krankheit der Petrifizierung. Die Krankheit nicht signiert die Todes. Oh, okay. 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 Ich bin erinnert. 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 Ich kann nicht sagen, dass Simon Mannes, der Leiter der Alchemisten, nicht hospitabel ist. Schlüssel zur Galerie der Herrlichen Statue der Barmherzigkeit. Eliminated. Warum habe ich gesagt, dass er Heilung erschaffen hat? Außerdem ist das hier alles in dem Fall Ergo um mich rum. Könnt ihr mir das bitte geben? Alles? Gib mir bitte alles davon. Oh, da ist natürlich jetzt ganz viel Storytime am Start. Warum habe ich gesagt, dass es Heilung und Stärkung der Menschlichkeit hervorruft und nicht ein Monster geschaffen hat? Das ist ganz klar. Ich meine, wenn sich jemand dazu bereit erklärt, am Ende so auszusehen, wie der Kollege, den wir hier gerade bekämpft haben, dann ist das doch seine Sache, oder? Wenn sich jemand freiwillig dazu bereit erklärt, dann am Ende so zu sein, hey, von mir aus, solange nicht damit nicht anderen auf den Sack geht. Und ich meine, er hat ja auf den Befehl von dem Typen gehandelt, so, ich weiß nicht, ob dieser Typ da jetzt, der Manus, ob der, ist er noch da? Ne, er ist jetzt weg. Ob der dann die Leute beeinflussen kann, die das genommen haben oder nicht, das ist natürlich dann auch noch eine Frage, aber so in erster Linie, wenn man so kräftig werden kann, wenn man diese Versteinerungskrankheit überwindet und seine Techniken anwendet, muss ich sagen, finde ich es jetzt im ersten Moment vielleicht gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Man muss halt damit klarkommen, dass man danach aussieht wie das Monster von Frankenstein, aber das ist, wie gesagt, jedem selber überlassen. Ich sage, danke fürs Einschalten und wünsche euch noch einen schönen Sonntag, falls ihr das hier direkt am Sonntag anschaut und ansonsten einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr am Gucken seid. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.